SpareTech richtet sich insbesondere an Industrieunternehmen, die in ihrer Produktion einen hinreichenden Grad an Automatisierungstechnik verbaut haben. Idealerweise an mehreren Produktionsstandorten im In- und Ausland agieren, um einfach auch Skaleneffekte im Produktionsnetzwerk zu ermöglichen. Stichwort Bestandsreduktion. Und die Nutzer unserer Software sind in der Regel Instandhalter, Instandhaltungsplaner, auch Einkäufer für Nichtproduktivmaterial und die Personen, die an den beschriebenen Prozessen daran beteiligt sind. Wir sind in ganz, ganz vielen Industrien unterwegs, insbesondere im Bereich der Automobilindustrie, dort bei namenhaften Herstellern und Zulieferern. Wir freuen uns aber auch, dass wir im Bereich der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie sehr stark unterwegs sind, im Bereich Chemie- und Pharmaindustrie, aber auch namenhafte Kunden im steilverarbeitenden Industrie betreuen dürfen.